Dieses zu veräußernde gut gepflegte Siebenzimmer-Einfamilienhaus steht in Hükelhoff hin. Das im Jahr 1994 erbaute Haus wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über eine Einliegerwohnung und zwei Garagenparkplätze. Es hat vier Schlafzimmer, zwei Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 672 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 230 Quadratmetern. Das Haus steht für 369.000 Euro zum Verkauf. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Das Haus steht für 7.000 Euro zum Verkauf. Bis zum nächsten Mal.